herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die aus der kruft ep von gloomy boys alle weiteren informationen zu diesem album bzw der ep sowie natürlich auch die links zu ep findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung aus der kruft von gloomy boys das ganze im dezember 2015 erschienen wir haben hier mal wieder eine ep aus dem bereich toytrip jawohl die ep von gloomy boys also wem das ganze nicht sagt hinter diesem synonym beziehungsweise hinter dieser gruppe verbergen sich casper und montana max wir haben hier ein reguläres tool case werden das ganze mal aus der folie befreien und dann schauen uns das an die beiden waren damals aktiv unter synonymen also casper unter lil creep und montana max unter lord naco das ist die ep wir haben hier eben auf dem cover dj crypt presents gloomy boys aus der gruft dann hier ein recht düsteres cover also friedhofs atmosphäre die ganzen kreuze seitlich beschriftet und auf der rückseite die tracklist fünf tracks an der zahl ein feature mit dabei von young lit dann die infos und dann schauen wir mal rein so wir haben hier einmal das booklet das cover so sieht aus hier die drei beteiligten und dann haben wir hier noch die tracklist mit den infos wer daran beteiligt war wer hier mitgewirkt hat ok also die wichtigsten qualität hier drauf wenn auch das booklet recht dünn ist aber ja und dann kommen wir direkt weiter zur cd die kommt hier ganz klassisch in silber mit diesem schwarzen aufdruck tracklist auch noch mal drauf und hier in schwarz gehalten jawohl das war's auch schon mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von der ep schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr gloomy boys und auch mich unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute wir sehen uns beim nächsten unboxing passt auf ciao